was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr wisst draußen ist kalt winter ist angesagt wenig sonne und die motivation schwindet rauszugehen aufs bike und mountainbike fahren zu gehen deswegen nenne ich dir heute fünf gründe warum es sich trotzdem lohnt aufs fahrrad zu steigen und ein paar trails zu fahren viel spaß bei diesem video punkt nummer eins besonders wichtig momentan für mich weil ich gerade auf diät bin im winter wenn es kalt draußen ist verbrennst du einfach mehr kalorien ist eigentlich ganz simpel weil der körper muss natürlich dafür sorgen dass der körper warm bleibt und um die körper temperatur aufrecht zu erhalten wenn es draußen kalt ist und die hände frieren und der körper und die füße und so weiter benötigt der körper einfach mehr energie um das zu gewährleisten und deswegen verbrennst du mehr kalorien im winter wenn du raus gehst und das wetter schlechtes und es kalt ist also für alle die abnehmen wollen lohnt es sich aufs bike zu gehen punkt nummer zwei ist abhärtung und zwar du wirst einfach ein härterer fahrer in dem sinne nicht nur deswegen weil du einfach bei schlechten witterungsverhältnissen fährst und auch lernst wie es im match ist zu fahren und so weiter und so fort sondern auch dein immunsystem profitiert positiv davon durch kälte funktioniert ähnlich wie beim eisbaden werden einfach mehr weiße blutkörper schiengebildet die dann am ende dafür sorgen dass dein immunsystem besser funktioniert und krankheiten besser abgewehrt werden können das heißt auch dafür lohnt es sich aufs bike zu gehen auch wenn das wetter mal naja weniger schön ist punkt nummer drei eigentlich ganz ganz logisch und daran habe ich mich schon gewöhnt jetzt mittlerweile es ist einfach weniger los im wald und auf den trails weniger leute gehen raus und gehen fahrrad fahren und das merke ich natürlich auch bei mir so in meinem freundeskreis es sind andere leute beziehungsweise auch viel weniger mit denen ich woche für woche irgendwie fahren gehe deswegen bin ich öfter allein auf trails unterwegs aber es hat ja auch was für sich wenn man ein bisschen allein im wald ist mal die gedanken für sich hat und den ganzen wald und die trails und man einfach ruhe genießen kann punkt nummer vier das ganze ist natürlich eine super vorbereitung fürs frühjahr weil du startest halt nicht bei null sondern du hast die ganze zeit zeit gehabt erstmal dein skill level zu behalten stück weit natürlich war es jetzt nicht die krassen sprünge überall und so aber dennoch hast du weiterhin zeit auf dem bike und das macht auf jeden fall ein unterschied wenn es dann wieder losgeht in den bike parks außerdem hast du einfach zeit oder ich nutze auf jeden fall die zeit um dinge explizit zu üben kurven fahren steilerfahrten aktiv springen ich nehme mir einfach die zeit gehe das ganze entspannt an und übe die einzelnen dinge die ich gerne in der nächsten saison einfach besser drauf hätte oder überhaupt mal lernen und dafür lohnt sich einfach der winter richtig gut finde ich und das ist kombiniert damit damit deswegen dass es wenig los ist im wald einfach eine super sache der letzte punkt für mich ist auch so ein bisschen so ein persönliches ding und zwar überwinde ich mich einfach öfter dinge zu tun die unangenehm sind das spiegelt sich dann später auch wieder in anderen dingen im leben und lebensbereichen aber sich zu überwinden auch wenn das wetter mies ist und die umstände doof sind trotzdem durchzuziehen und sein ziel weiter zu verfolgen ist auf jeden fall was was für die psyche eine super sache ist und meiner meinung nach ein ja eine sache die man auch weiterhin in anderen lebensbereichen super gut gebrauchen kann und die helfen später noch viel mehr dinge durchzuziehen ja und der der eigentlich der allerletzte part der eigentlich viel wichtiger ist ist einfach dass du das ganze jahr über fahrrad fährst und das ist ja einfach das beste was du so machen kannst was redest du da das wetter ist einfach nur katastrophe der winter und das wetter gehen alle auf den sack und du sagst das bringt nur vorteile oder was aber es bringt doch nichts jetzt monatelang kein fahrrad zu fahren alles quatsch mit deinen vorteilen kein lift keine sonne überall nur matsch das ist einfach nur rotz wir werden wir werden ja sehen wie du dich nach fast sechs monaten fahrrad fahren oder besser gesagt nach sechs monaten nicht fahrrad fahren fühlst wenn du dann wieder auf dem rad stehst klasse klasse wird das besser monatelang gar nicht fahren als jeden tag nur ohne lift fahren und das jeden tag der fahrrad sauber machen das ist doch völlige scheiße ja das das wünsche ich dir dass das funktioniert was wünschst du mir ja dass du dich direkt wieder wohl fühlst auf dem bike wenn du wieder loslegst ja klar fühl ich mich gut ach weißt du was du fuckst mich einfach nur noch ab ja